Wir werden den Vortrag zu zweit halten, ich fange mal an und dann übernimmt mal später der Pirmin. Kugis Web Client 2 ist die relativ brandneue zweite Generation vom Kugis Web Client. Ein kleiner Rückblick, Web Client 1 wurde zuerst einmal in der Stadt Ust entwickelt, in 2009, war ein bisschen eine Jugendzünde von mir, und verwendete OpenLayers 2, XJS 3 und Geoext 2. Der Grund, warum wir das gemacht haben, war, dass er optimiert war für Kugis Server, konnte also diese proprietären, also die Vendor Extensions von Kugis Server nutzen, so wie GetPrint und erweiterte GetMap und Legend Graphics auch. Nach Ust haben sich auch andere Entwickler beteiligt, Zurspol, Jena und so weiter, das wurde auch in 15 Sprachen übersetzt und ist immer noch verfügbar auf GitHub, da gibt es aber keine neuen Änderungen mehr, also das ist jetzt eigentlich gestorben. So hat er ausgeschaut, mein Kollege aus dem Kanton Solotour, Stefan Ziegl, hat immer gesagt, das sieht ja so aus wie in den 90s, XJS, und das konnten wir natürlich nicht auf uns sitzen lassen, und in der Version 2 sieht das dann hoffentlich aus wie in den 2020ern oder so. Vielleicht beschwert man sich in 15 Jahren wieder, wie schrecklich das damals aussah. Also es hatte links eine Layerliste, man konnte abfragen, drucken, die Karten Themen wechseln, solche Dinge. Wer hat das eingesetzt? Also ungefähr zum Teil die gleichen, die auch Kugis Server natürlich nutzen. Wir haben auch ein paar Erfahrungen gemacht, was lief nicht so gut, auch mit dem Web-Client. Wenn ich auf den ersten Vortrag von der Session anknüpfen kann, wo sich auch User teilweise schwer tun mit Kugis als Desktop-Kis, das gleiche gilt für das Web-Kis genauso. Und wer glaubt, dass es keine Schulungen braucht, dass die User das selbstständig alles rausfinden, was man machen kann, das ist auch nicht ganz die Realität. Also man hat zum Beispiel gemerkt, dass die User das Konzept der Kartenebene nicht kennen, diese Realiste-Links, dass man ein- und ausschalten kann, dass man die Reihenfolge ändern kann. Das ist sowieso ein Advanced-Feature, dass viele dann ihre Karten eher verschlimmbessern, als sie vorher waren. Und wir hatten zum Beispiel den Fall, dass jemand, der wollte die Gebäudenummer nicht im Plan haben, die Versicherungsnummern, und dann hat er mit dem Pinsel die alle schön ausretagiert, bis ich ihm dann mal erklärt habe, es gibt Kartenebene, wo man die ein- und ausschalten kann. Dann hatten wir einen relativ komplizierten Abfrage-Modus, wo man wählen konnte, Feature-Info nur auf dem aktiven Layer, auf allen Layern, nur auf dem obersten, bis sein Treffer findet. Das ist auch zu kompliziert, also es darf nur einen Modus haben, Durchstich alle Ebenen oder alles andere geht nicht. Dann hatten wir auch gemerkt, PDF-Drucken können viele nicht. Das klingt jetzt schlimm, aber es ist die Realität auch vor allem nicht maßstäblich, dass da wird dann irgendwie was verkleinert auf 90 Prozent oder so. Weil da gibt es so einen Haken, den man setzen muss, nicht die Größe verändern. Das sind halt so Dinge. Und dann das Schlimmste war das Suchen. Da gibt es ja drei Suchfelder. Es gibt eins vom Browser, das Google-Suchfeld, es gibt die URL-Leiste und es gibt ein Suchfeld im WebGIS-Client. Da haben dann die Leute im Browser-URL gesucht, die Namen eingegeben und das kam halt von Google nicht zurück. All so Dinge. Dann versteckte Shortcuts, wie dass man mit Shift ein Rechteck aufziehen kann. Ist ein Open Layers-Feature, aber kennen 90 Prozent der Leute nicht. Also so viel kleiner Exkurs, was alles nicht ging oder wo die Probleme mit den Usern waren. Warum haben wir jetzt QWC2, Red Client 2? Einerseits gab es technische Gründe. Die Basis-Bibliotheken Open Layers 2 und GeoEx3, die waren end-of-life, eigentlich schon lange. Auch die neuesten Browser können Ex3 zum Teil gar nicht mehr richtig umsetzen. Und das waren technische Gründe. Man konnte nicht einfach von Open Layers 2 auf 3 wechseln, das war nicht trivial. Da gab es viele API-Breaks, genauso bei Exed. Also es war nicht, einfach eine Fortführung vom Code war nicht einfach möglich. Und der Web-Client hat auch kein Responsive Design. Wir hatten dann eine mobile Version noch, die war komplett separat. Aber das war nicht der gleiche Code und das war nicht, also die nicht-mobile Version war nicht responsive. Und dass das Aussehen ein bisschen antiquiert war, habe ich bereits erwähnt. Der Quellcode war auch nicht so schön, nicht so modular. Kommen wir zu den Kernanforderungen für die zweite Generation. Eben responsive Design war ein Muss, modularer Quellcode, dass man Werkzeuge relativ einfach zu- und wegschalten kann in der Konfiguration. Dass man moderneres Framework wie eingelogert React.js verwendet. Und dass man Open Layers 3 respektive 4 als Kartenengine. Also die neueste Version vom Web-Client 2 ist schon auf Open Layers 4. Also da sind wir relativ neu unterwegs. Und dass natürlich die Google Server Extensions nutzt, wie bei der Version 1, ist auch eine Voraussetzung gewesen. Und es war wichtig, dass es ein modernes Design und gute Usability gibt. Gut, dann möchte ich an Pirmin übergeben. Ein paar technische Dinge noch. Ich habe jetzt noch eine Folie, wie wir das technisch umgesetzt haben, bevor wir da wirklich das zeigen. Und zwar hat es ein Projekt gegeben, Maps or 2, oder gibt es, das, wie soll ich sagen, genau diese Anforderungen eigentlich erfüllt hat, diese Technologie nutzt, die wir auch nutzen wollten. Und wir haben uns entschlossen, da nicht ein Parallelprojekt zu starten, sondern Komponenten für Maps or 2 zu entwickeln, die dann diese Cookies-Web-Client-Anforderungen erfüllen. Dahinter steckt React.js als Framework und Redux. Und wie gesagt, OpenLayers 4 unterrissen. Zum Bilden und Entwickeln braucht man Node.js, Paketmanager, Jarn und Webpack. Ist da drin ein grosser Stack, Node-Basis, den man braucht, um ein optimiertes, ein optimiertes Bild zu machen, so ein Minified-Bild. Und er besteht aus der Sammlung dieser Komponenten und einer Beispiel-Applikation, die die Design-Vorgaben erfüllt, die man dann später auch sieht. Je nachdem braucht man noch Server-Komponenten, wobei eben ein Ziel war, dass es auch ohne, also nur mit Cookies-Server läuft, ohne weiteren serverseitigen Applikationen. Sobald ich Suche machen will oder Permalinks erzeugen will, dann brauche ich Server-Komponenten. Warum React? React ist komponentenbasiert, und zwar wirklich mit einer losen Kopplung. Also man schafft es, hier Komponenten zu machen, die man auch hin- und ausschalten kann, also weglassen kann oder zunehmen kann, was bei anderen Frameworks in der Praxis dann eben schwierig wird. Es ist eigentlich auf View zentriert und ein Map-Viewer ist auch, hat vor allem Anzeige. Der Einstieg ist relativ, oder die Konzepte sind eigentlich leicht verständlich. Man versteht schnell, um was es eigentlich geht und versteht, was das soll. muss nicht, ich meine, man steckt dann schon auch einiges rein, bis man es wirklich beherrscht, aber der Einstieg am Anfang ist wirklich relativ einfach, finde ich jetzt. Gibt eine gute Performance, gibt eine ganze Werkzeugsammlung dazu. OpenLayers war auch eine Frage, man hätte auch Leaflet nehmen können, und es ist tatsächlich so, dass MapStore 2 beides unterstützt. Also alle Basisfunktionen sind auch mit Leaflet erhältlich oder funktionsfähig. Wir haben jetzt auf OpenLayers beschränkt, gibt ein bisschen weniger Arbeit, und OpenLayers ist ein guter Webclient, guter Karten, Darstellungsmodul. Und es ist tatsächlich so, dass diese QVC 1 Anwender, die haben auch schon, oder jetzt die 2 Anwender, die haben auch schon investiert in die OpenLayers Entwicklung. Deshalb sind sie interessiert, dass man das wirklich weiter nutzen kann. Cookie Server wurde vorrangig genannt, WMS, WFS, WCS, und auch noch anschnallbar WPS. Zu den Spezialitäten vielleicht ganz kurz. Es gibt noch erweiterte Capabilities, das nennt sich hier Get Project Settings, wo ich eben noch mehr aus dem QGIS-Projekt herausholen kann, dass ich eben wirklich quasi meine Webkarte im QGIS-Desktop konfigurieren kann und diese Konfiguration übernommen wird. Das ist das Ziel, dass ich eben nicht noch ein zweites Mal konfigurieren muss für das Web. Und dann das Get Print Kommando ist spezifisch für QGIS, das die Print Templates oder diese Print Composers von QGIS als PDF ausgibt. Highlighten gibt es Erweiterungen für die Legende und noch weitere Output-Formate für GetMap. Also ich kann auch DXF zum Beispiel ausgeben. Ja, ich habe jetzt ein bisschen beeilt, dass wir wirklich möglichst Zeit haben, das in Aktion anzuschauen. Das war der GUI-Prototyp, die Vorgabe. Und hier sieht man so ganz vereinfacht, das responsive, das heisst, das sind jetzt drei Anzeigen, Desktop, Gross, Tablet, Kleiner und Mobile. Und jetzt mit eingeblendeten Elementen soll das so aussehen. Das sind so feine Anpassungen, dass halt gewisse Elemente verschwinden oder anders dargestellt werden, je nach Formfaktor vom Gerät. Also das war die Vorgabe und Andreas zeigt jetzt, wie es tatsächlich aussieht. Das Design wurde von Peter Staubkant und Klauhaus erstellt, aber mit Anleihen, natürlich bei SwissTOPO, MapGeoAdmin, da gibt es sicher diverse Parallelitäten im User-Interface. Also man muss ja nicht alles neu erfinden, was gut ist. Schauen wir schnell die Demo-Applikation an. Das ist hier Kant und Zug. Ich muss gleich dazu sagen, das ist ein Prototyp oder Beta. Das ist nicht das, was wir einsetzen und es ist auch nicht so klar, ob und wann wir das dann einsetzen im Kant und Zug. Also man sieht hier, es ist responsive. Also wir können, es passt sich schön an. Also es kann Hintergrund WMS Layer haben, WMTS oder WMS Layer drüber dann. Wir haben hier die Suchfunktion, also man kann zum Beispiel Abachstraße, da ist mein Arbeitsort hier, kann man dort hinzoomen, und es wird gehighlighted. Die Suchprovider sind sehr flexibel. Man kann auch mehr als einen Provider kombinieren, zum Beispiel ein Suchprovider für Koordinaten. Also ich kann hier verschiedene Koordinatensysteme suchen, das erkennt der, ob es jetzt sechs- oder siebenstellig ist oder ob es WGS 84 Koordinaten wären. Und es wäre auch denkbar, dass man einen Suchprovider vom Bund und vom Kanton kombiniert da drin. Dann haben wir, wie gesagt, oben, vielleicht noch zum GUI, man kann das Ganze auch in Fullscreen-Modus stellen. Dann ist es es ist komplett bildschirmfüllend und die wichtigsten Elemente sind trotzdem da, also kann man wieder zurückgehen. Dann hier rechts oben hat es das Werkzeugmenü. Also ich kann hier zum Beispiel ein anderes Thema wählen, auf dem Zonenplanwechsel zum Beispiel. Hier hat man im Hintergrund ein WMTS und das Farbige drüber ist ein WMTS. Also es ist oft so, dass der Hintergrund halt schneller kommt als der WMTS drüber. Dann können wir da zeigen, die Kartenabfragen. Da hat man so ein Feature-Info-Fenster. Man kann auch mit Kontroll, aber ob das die User dann wieder checken, ist die Frage. Kann man auch mehrere abfragen, die werden dann hier ergänzt und man kann dann kann sie auch wieder entfernen oder es gibt da einen Export in GeoJson. Aber das ist auch wieder wahrscheinlich für die User zu technisch. Aber das Schöne im Modularen ist, man kann das ausschalten oder wenn man das nicht will. Dann drucken Wenn ich drucken will, gibt es hier das Print-Menü. Also man kann auch hier schön votieren und man könnte den Titel überschreiben und dann druckt er da mit Get-Print das Layout. Man sieht auch, es hat zum Beispiel die Gitternetz-Sachen drin, alles was so in Kugis-Desktop geht, kann man auch im Web dann drucken. Es wäre noch denkbar, dass man hier beim Print noch mehr Optionen hat, mit Gitter, ohne Gitter. Aber das ist dann die Frage, wie weit man dann gehen soll. Vielleicht nicht für einen Basis-Viewer, aber vielleicht für einen Advanced-Viewer. Dann den Link-Share gibt es das Permalink-Feature und es macht einen QR-Code, dass man den gleichen Ausschnitt aufs Handy exportieren kann. Dann haben wir eben den Legendenbaum. Das ist vielleicht da bei dem Thema nicht so interessant. Da müssen wir das Thema schnell wechseln. Da hat man auch die Legenden drin und man kann die Transparenzen verstellen und beim Info-Knopf wäre gedacht, dass man einerseits die Legenden, aber später sollen da auch noch Meta-Informationen kommen vom Dienst. Man kann auch Map-Tipps, also wenn man drüber fährt, ohne jetzt klicken zu müssen, dass man die Map-Tipps direkt so kriegt. dann die Werkzeuge, Wir können exportieren nach DXF. Das ist auch eine Cookie-Server-Extension. Nach DXF Raster-Export in höherer Auflösung und natürlich messen, also Längen. Das tut aber jetzt nicht snappen, also das ist ohne snappen. Dann die Fläche. Kann man auch umschalten in Radkilometer. Und relativ neu drin, noch nicht ganz fertig ausgereift, sind diese Zeichenwerkzeuge. Ist auch da, finde ich jetzt noch ein wenig technisch da mit Hex und so. Es gibt zwar so Color-Picker, aber dass man überhaupt Hex darstellt, finde ich jetzt nicht userfreundlich. Und da kann ich da, weiß ich, ein Polygon zeichnen. Und weiß ich, ein Box oder so oder ein Kreis oder ein Label. Was ich da jetzt noch nicht weiß, wahrscheinlich braucht es auch ein Cookie-Server noch was, um das korrekt ducken zu können. Oder Ja, okay. Ja. So, im Groben sieht das so aus. Man kann es auch, hier kann man auch den Hintergrund wechseln. Und was vielleicht noch speziell ist, da bei den Koordinaten kann man hier das Koordinaten-Referenz-System für die Anzeige wechseln. Ja. Ja, so ist der Stand im Moment im Groben. Ich denke, es kann jetzt so 95% vom Web-Client 1 ersetzen, plus ein bisschen mehr natürlich. Und ich hoffe, ihr geht mit uns einverstanden, dass es schön ausschaut, also optisch schön ausschaut, als die letzte Version. Wobei, das ist auch immer Geschmackssache. Ich denke, es sieht ja relativ ähnlich aus wie das Vistopo-Viewer und der kommt da echt bei den Kunden relativ gut an. Also sind wir da relativ auf der sicheren Seite. Ja. Dann kommen wir zu der letzten Folie. Wie kann man mitmachen? Weitere Pläne? Also geplant ist, diese Zeichenfunktionen noch abzuschließen, dass das vielleicht weniger technisch daherkommt. Das ist von Schweden, eine schwedische Entwicklerfirma und auch von der Stadt Christianstadt, die finanziert Digitalisierungsfunktionen. Was jetzt noch nicht sehr konkret ist, aber sehr wünschenswert wäre, diese Drag & Drop Designer-Formulare, dass man die auch dem Web-Client übergeben kann mit den Widgets und so. Aber das ist sicher mehr Aufwand. Da gibt es auch noch keine Finanzierung dafür. Einbinden, externe Web-Dienste. Dann, man kann ja bereits DXF und Raster rauslassen, da wäre denkbar, dass man auch noch Tier-Packages und wenn es sein muss, auch Shapes explodieren kann. Ja, das könnte man über OGR anbinden. LDAP einbinden und das allerletzte ist auch ein großer Wunsch natürlich, weil im Moment muss sich der Administrator noch mit JSON-Files rumschlagen. Also die Konfiguration passiert mit JSON und das ist halt auch wieder recht technisch. Da wäre es sehr schön, wenn man einen GUI hätte in Kukis Desktop, wo man die Server-Konfiguration vornehmen, also die, nein, die Web-Client-Konfiguration vornehmen können. Aber auch das ist etwas mehr Aufwand und hat noch keine Finanzierung. Das sind die oberen Organisationen, die das bisherige finanziert haben im Web-Client 2 und es wurde hauptsächlich von Suesspol entwickelt. Sand Romani ist jetzt nicht hier, aber er ist auch sehr angenehm zum Zusammenarbeiten, da kommt man sehr schnell Antwortrückmeldungen und unkompliziert. Mir hat es recht Freude gemacht, obwohl mein Kanton jetzt dort konkret nichts mitfinanziert habe, habe ich trotzdem mitgeholfen, getestet, installiert und so weiter und es war sehr, sehr schön, da mitarbeiten zu können. Wie könnt ihr mitmachen, wenn ihr wollt? Es gibt eine Mailing-Liste, es gibt, die habe ich hier gar nicht erwähnt, aber die ist auf der Kugis-Org-Seite, findet man die ganz zum Schluss. Das sind die GitHub-Links und es ist Open-Source, so wie jede also es ist echt klar, wie es funktioniert, da muss ich nichts dazu sagen. Gut, Dankeschön. Ja, vielen Dank, das sind schöne Aussichten, da freue ich mich auch schon persönlich drauf, dass ich das dann verbreiten kann. Gibt es zu diesem Thema Fragen, dann bitte. mich würde interessieren, ob die Darstellung gekustomized werden kann, ob es so was wie eine Template-Engine gibt, dass man das Erscheinungsbild benutzerdefiniert verändern kann, das wäre so die eine Frage, und die zweite Frage ist, wenn man benutzerspezifische Entwicklungswünsche hat, gibt es da quasi eine API, dass eigene Module sozusagen da erweitert werden können, dass die eigenen Module den Funktionsumfang des Web-Clients ergänzen? Ja, also für die Farben, da gibt es ein eigenes ausgelagertes CSS-File, und das Logo, das sind SVG-Dateien, und zwar gibt es zwei Logos, einmal eine große Version und eine kleine Version, das bei Responsive dann auf die kleine wechseln kann, zum Beispiel hier, dass dann das Maps-GO-ZG wegfällt und noch das Kantonswappen zum Beispiel da kommt, oder? Das kann man sehr einfach tauschen, auch sämtliche Farben hier, das ist grau, die Buttons, das sind glaube ich teilweise SVG-Dateien, und dann hier zu diesen Menüs, da kann ich sehr, also welche Werkzeuge zum Beispiel kommen, das kann man sehr modular konfigurieren, auch wieder in JSON. Noch einmal konkret nachgefragt, der Layers-Bereich, könnte der auch anders dargestellt werden? Oder ist das jetzt diese Erscheinungsform so jetzt fest implementiert? Also diese Haken kann man wechseln und man kann die Farben schriftlich Ich möchte grundsätzlich sagen, ich meine, das ist eine Komponente, das ist die Layer-Listen-Komponente, wir haben die Such-Komponente, das sind alles separate Komponenten in JavaScript geschrieben und ich kann mir, wenn ich das zu wenig anpassen kann, muss ich halt eine eigene Layers-Komponente schreiben, die wahrscheinlich Code übernimmt und gewissen Code überschreibt. das Map-Store-Framework aus verschiedenen Komponenten besteht. Man muss irgendwann JavaScript programmieren, man kann einiges über JSON und CSS machen und irgendwann wenn man JavaScript macht, dann kann man alles anpassen. Oder was da unten in der Bottom-Bar kommt, das kann man auch im JSON kompikuliert. Gibt es noch eine weitere Frage? Ja, ich komme mal rüber. Diese Überlegung auch schreiben, also digitalisieren zu können, wenn man sozusagen das irgendwie auf Datenbank-Ebene erlaubt, ist das, das habe ich jetzt gerade nicht so richtig mitgebracht, ist das jetzt mehr eine Idee oder ist das in was, was kommen wird, in, sag ich jetzt mal, absehbarer Zeit? Genau, Zeit ist die Frage, aber es kommt sicher, also zumindest in Kugis Cloud werden wir das ganz sicher als Feature anbieten, wir wissen noch nicht, also entweder kommt ein Auftrag, dann geht es schneller oder wir haben dann irgendwann Zeit, um es selbst zu machen, ohne Auftrag und das Gegenstück wird wahrscheinlich BFST sein oder wir machen eine JSON-Restschnittstelle, aber dann müssen wir auch wieder ein Gegenstück dazu haben, eigentlich wäre es schön, wenn wir halt direkt nur Kugis Server einsetzen müssen, oder können, ja, es wird kommen, aber Termin gibt es noch keinen. Aber sozusagen nicht unbedingt dieses Jahr. Doch, eigentlich dieses Jahr haben wir es vor, das würde ich, wie soll ich sagen, kann ich Hoffnung machen. sehr schön, noch eine weitere Frage, vielleicht. Ja, es ist mehr eine Usability-Frage bezüglich Responsive Design, ich weiß nicht, ob ihr da Meinungen, Erfahrungen habt, die Desktop-Umgebung und wenn ich irgendwo im Feld bin mit einem Tablet, ist es doch ein recht grosser Unterschied und da seid ihr zuversichtlich, dass ich da eben, dass das der richtige Approach ist, eine Code-Basis Responsive Design. Also wir denken, man kann jetzt für so eine Kartenapplikation eigentlich eine gute Lösung machen, die auch mobil gut benutzbar ist. Ich meine, das zeigen andere auch. Können die ausprobieren, die Adresse könnt ihr reintippen im Mobile und dann selber eine Meinung bilden. Aber ja, es gibt auch schon wieder den übernächsten Trend, dass man sagt, man muss unbedingt auch für die Mobiles eine eigene Applikation schreiben. Wir glauben, dass es hier beim Kartenviewer mit dem Responsive Design wirklich eine gute Lösung machen kann. Klar, beim Digitalisieren wird es schon ein bisschen knifflig, aber alles, was hier ist, kann man wirklich gut bedienen, auf einem kleinen Mobile Phone. Also beim Digitalisieren, da kann man sagen, es gibt das Q-Field Android Projekt und da hat man gemerkt, dass mit dem Finger kann man nicht exakt digitalisieren, das ist unmöglich. Und was man dort gemacht hat, ist, dass man eigentlich die ganze Karte schiebt und man hat ein Fadenkreuz und dann schiebt man das Fadenkreuz, das recht präzis ist, mit einer dünnen Linie, schiebt man in die Mitte und dann setzt man die Punkte ab oder das wäre vielleicht eine Möglichkeit, das so umzusetzen, wenn man das wirklich will, aber ob man wirklich jetzt mit einer Web-Applikation Felddaten erfassen muss, also wir haben jetzt wahrscheinlich nicht gerade die Anforderung, aber da finde ich, ist es auch gerechtfertigt, etwas wie Q-Field oder Geop-Apparat sicher wegen so eine wirklich spezialisierte Datenerfassungs- Applikation zu nutzen. Parker K-L 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 Untertitelung des ZDF, 2020